Hallo, willkommen zu einem neuen Video der Ohrenstudios. In diesem Video erkläre ich kurz, was WebAR eigentlich ist und warum es so viele Vorteile bietet. Der Begriff WebAR besteht ganz einfach aus den beiden Worteilen Web und AR. AR ist dabei die Kurzform für Augmented Reality und ist simpel gesprochen die Möglichkeit, grafische Objekte in das reale Kamerabild eines Smartphones und damit in die eigene Umgebung einzubetten. Der Namenszusatz Web macht jedoch den entscheidenden Unterschied. Denn WebAR ist nichts anderes als eine Augmented Reality-Funktion, eingebettet in eine Website. Und zusammen mit unserem eigenen OSA-Player ergeben sich daraus viele Vorteile. Nummer 1 und das Wichtigste, es wird keine App oder Plugin mehr benötigt, um AR oder 3D-Web auf einem Smartphone auszuführen. Durch den Besuch der Website funktioniert es bereits, weil nur Webtechnologie verwendet wird. Und damit wird die größte Hürde abgebaut, die Installation von weiterer Software. Somit steht ein AR-Erlebnis nun auch für spontane Zwecke zur Verfügung. Nummer 2. Zusammen mit unserem OSA-Player bleiben Produkte und Weblinks verbunden. Das heißt, selbst wenn das AR-Erlebnis geteilt wird, egal ob über Social-Media-Einträge, SMS oder WhatsApp, bleiben alle Weblinks und insbesondere die Shopping-Links mit dem Produkt verknüpft. So dass selbst nach mehrfachen Teilen immer noch auf den ursprünglichen Shop verwiesen wird. Also ideal für den Handel. Nummer 3. Produktinformationen können im 3D-Raum integriert werden. Entweder um Features hervorzuheben oder um Service und Wartung viel verständlicher zu gestalten. Nummer 4. Unser OSA-Player funktioniert mit jedem Endgerät. Denn die Darstellung wird ganz automatisch ausgewählt. Das heißt, PCs und Macs erhalten einen 3D-Viewer und für geeignete Smartphones gibt es zusätzlich die Augmented Reality-Funktion. Nummer 5. Weil der Aufruf einer Website so einfacher ist, können auch Offline-Medien wie Printprodukte eingebunden werden. Zum Beispiel per QR-Code. Denn viele Smartphones haben ja bereits einen QR-Code-Reader in der Kamera-Funktion integriert. Und die gerade genannten Vorteile könnt ihr in den Demos auf unserer Webseite gerne selber testen. Und wenn ihr mehr erfahren möchtet oder eine Projektidee habt, dann meldet euch einfach. Wir freuen uns gemeinsam mit euch eure Projekte umzusetzen. Bis bald!